ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play so sim city ria und liebe leute wir waren da sehen wir beim letzten mal bei der rettungsaktion für die hauptstadt weil wir haben tatsächlich noch hoffnung dass die hauptstadt noch was werden könnte wenn wir nur genug nachfrage nach gewerbe in den außerhalb liegenden städten generieren und wir haben ja noch genug platz wir noch sehr sehr viel platz haben jetzt halt nur den direkten nachbarbereich hier von der stadt und von daher waren wir jetzt mal jetzt nicht dabei hier in unserer in unserem vor ort der mittlerweile schon eine richtige kleinstadt geworden ist weiter wohngebiete aufzubauen und eine nachfrage zu generieren für die hauptstadt oder würde ich sagen machen wir das einfach mal ja in dem fall einfach weiter bauen was es noch zu sagen gibt hier ich habe euch aber letzt mal gefragt ob ihr tages nach muss oder nicht den wechsel haben wollt und ich habe von den kommentaren entnommen dass ihr den wechsel haben wollt weil er das geiler findet finde ich auch geiler habe ich jetzt drauf geklickt haben wir jetzt so eingerichtet sehr gut aber die sagen können wir direkt hier weitere einfach da war weiter machen wo wir beim letzten mal aufgehört haben nämlich bei den wohngebieten die aufzubauen und ich hoffe ja dass das spiel jetzt nicht wieder abstürzt weil das hat es nämlich gerne mal gemacht als wir angefangen haben und das war dumm dass wir das jetzt so hier aufgebaut haben aber ist okay so haben wir noch ein bisschen platz für parks und ja ich komme direkt nach der sie die will quasi zu sim city 4 ging direkt nach los über die resi aufgabe sich war sehr cool war sehr entspannt und ich denke doch mal dass es jetzt hier so weiter geht weil sie die vier ist doch echt sehr entspannt und genau ist jetzt die arbeitslosen sind weg die leute sind hier gar nicht mehr arbeitslos und wartet mal braucht ihr hier irgendwas die polizei ja ja okay ihr braucht auf jeden fall hat polizei okay dann macht das mal dahin was haben wir hier da ist eine feuerwehr okay dann braucht man krankenhaus nö das hat da haben sie noch genug aber ich würde trotzdem meist daneben machen da etwa hier schön ja den ganzen bereich hier haben schulen wie sieht es da aus habt ihr noch gehen ja ihr habt bildung gut ich wundere mich nämlich so ein bisschen warum der wohlstand nur zwei von drei hat bei diesen gebäuden aber es liegt wohl am kriminalitätsgeräusch pendelverkehr und verkehrsgeräusch der schmutzung gering bemüll gering wartet mal wie sieht die wasserverschmutzung aus okay ich habe die wasserverschmutzung da war es noch gar nicht darum gekümmert beim letzten mal dann macht bitte einfach einmal eine kläranlage hierhin eine kläranlage hö 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 residative lässt grüßen hier so sehr schön platziert weil die eine die reicht schon um ja nur noch hier oben minimale wasserverschmutzung aber das passt schon genau um das wasser wieder zu säubern und schon werden die gebäude ja sauber ja schau dich das an welche jetzt kommen wir die überall diese türme raus völlig cool und unsere kohle ist irgendwie ein bisschen blöd gerade warum ist das jetzt okay alles interessant warum sieht man jetzt hier die hat etwa die speicher das war bitte nicht dass das spiel abstürzt bitte dicht leute ich dachte schon die werden verlassen nicht sind gar nicht verlassen es ist hat sie einfach zugepackt okay jetzt nicht mehr wunderbar alles klar das heißt wir brauchen hier mal ein bisschen mehr geld da kommt wieder was schönes finde ich gut gut das heißt wir bauen einfach weiter weil wenn wir geld gebrochen ist die beste lösung einfach weiter zu bauen und ja dann freue ich mich dass man wieder eingeschaltet hat bei sim city 4 das spiel kommt nach wie vor sehr gut an finde ich gut ob die nacht bricht an hey schaut mal das finde ich gut dass jetzt wie dieser nacht tag nacht wechsel das ist richtig cool und ich meine so dunkel ist es auf youtube dann auch nicht ich meine dass das ist auch sehr gut dass es da nicht wieder so dunkel ist weil da können wir die schönen lichter sehen schaut euch das alles richtig gemütlich wenn man sich das so anguckt wartet mal wir haben da vorne jede menge parks wie sich das jetzt hier mit luftverschmutzung aus sehr wenig luftverschmutzung leute das ist gut landwert ist auch sehr gut also da passt eigentlich alles wir können ohne uns wir können uns ohne sorgen zu machen weiter bauen 500 einwohner eben meine güte so und das licht ist aus das liegt daran weil der wohlstand halt nur zwei von drei hat ich weiß nicht glaube ich muss den bäume trick mal machen einmal bäume trick ja einfach einmal so und so dass die häuser dann ja sich beim bestbiss besser aufbauen bzw ja funktionieren und der landwert hochgeht dass da stehen die ja hier drauf auf die bäume und mir gefällt es gerade nicht dass wir so viele arbeitslos sind soll den vielleicht agrar jobs geben ich glaube es kann gut sein dass wir denen jetzt agrar jobs geben müssen genau weil agrarindustrie hattet ihr auch erwähnt das hatten wir auch noch gar nicht in diesem projekt und genau da würde ich einfach mal vorschlagen dass wir jetzt hier so eine kleine agrarstadt hin machen einfach einfach wo wir bauernhöfe hinzimmern genau die verbindung sind da wobei ist da was einiges zu beachten gibt der agrarwirtschaft hier in city 4 weil es ist so zeige ich euch jetzt gleich direkt mal wenn wir diese agrarflächen ziehen dann dann macht er automatisch hier sowas das dürfen wir tatsächlich nicht machen weil wir sonst weniger jobs kriegen und größere felder wir müssen tatsächlich das mit der agrarwirtschaft so machen dass wir da tatsächlich uns jetzt hier so ein so ein straßenkreuz ziehen ich weiß dass sie ein bisschen witzig aus jetzt und ist bisschen büßig aber damit sich möglichst viele betriebe hier ansiedeln und genau deswegen mache ich ja den ganzen kram dafür hier auch mal ein paar jobs für die leute in der vorort kriegen damit da wiederum die leute zufrieden sind durch diese agrarwirtschaft wird glaube ich auch der die nachfrage nach hightech industrie gesteigert glaube ich zumindest und je mehr hat mal guckt mal je mehr hightech industrie halt da ist und umso mehr gewerbebüros werden benötigt und die brauchen bei einer hauptstadt und so hängt das alles zusammen also ja wie machen wir das jetzt machen wir jetzt hier aber auch seitlich auch noch mal ja kommt wir machen das jetzt seitlich auch noch mal wir machen jetzt hier so ein schönes schönes gitter system für die landwirtschaft ich weiß es ist ja planungsplan wirtschaftlich aber es muss sein ihr werdet gleich sehen was ich meine noch mal hier auch noch mal so genau ihr werdet gleich sehen was ich meine also die felder die werden sonst zu groß und wir brauchen in der region arbeitsplätze wir brauchen agrar arbeitsplätze und ihr werdet gleich sehen ja dass das dass die halt kommen und genau ölkraftwerk müssen wir einzeln bauen natürlich ist klar kraftwerk muss sein und dann würde ich vorschlagen folge agrargebiet auf geht's ihr braucht die brauchen nämlich auch gar kein wasser ich brauchen kein wasser die agrarbetriebe die versorgen sich selbst ich meine so muss das ja auch sein wenn man ein paar bauernhöfe aufbaut und dann würde ich vorschlagen schaue ich es an da kommen agrarbetriebe es ist so cool aber ihr seht es auch die jobs sechs von sechs zehn von zehn ihr seht das ne vier jobs zwei jobs ja seht da seht ihr es ne also nicht wirklich viele jobs jobs und bevölkerung hightech industrie wird benötigt aber ihr seht es nur agrar jobs 4000 jetzt viereinhalb tausend agrar jobs in der region warum werden die für das jetzt hier nicht genutzt hallo so ja da bin ich wieder das spiel ist tatsächlich abgestürzt also irgendwas also es gab ins team update und ich habe jetzt gerade das heißt wieder so aufgebaut es war jetzt zum glück nicht so viel nachzuspielen deswegen gott sei dank sagen wir es mal so dass das jetzt kam und nicht irgendwann in der hauptstadt das hätte mich echt geärgert wie gesagt ihr seht das jetzt gleich nur die betriebe also ihr habt ja schon gesehen die jobs die hier aufgebaut werden sind halt sehr wenig pro feld und es wird halt noch weniger wenn die felder halt zu groß werden das ist ja die sind hier scheinbar zu klein oder was gucken wir gleich mal reist mal ab so und macht mal bitte noch mal hier agrar hin er zu sohn ist zu klein zu toll danke danke schön echt so dann seht ihr das jetzt auch mal wie das was passiert wenn wir hier ein riesen feld machen er zieht dann automatisch die straßen das ist klar und seht ihr dass das weide ich dir guck mal wie viel platz hier verflöten geht guckt mal wie viel platz hier flöten geht alleine durch ja durch die felder deswegen mach mal bitte die felder hier weg so weil das brauchen wir brauchen nicht so riesige felder wir brauchen einfach nur betriebe hier wo die betriebe kommen halt nur hier hin wenn wir das irgendwie so ist so klein ja okay wenn wir das so machen genau guckt mal genau so und dann haben wir jetzt hier wie viele jobs und vervölkerung er genauso viel okay wir haben genauso viele jobs wie ich war letztes mal auch dann seht ihr das dadurch wird jetzt hier die gewerbe nachgefragt ist das nicht krass und ja dann gucken wir doch jetzt mal ob wir hier die arbeitslosigkeit in den griff gekriegt haben ich weiß sie werden jetzt natürlich einige gebäude abgerissen aber es sind noch nicht mal so viele es ist nur eins okay es ist nur eins aber da müssen jetzt eigentlich die arbeitslosen weg gehen die haben hier irgendwie arbeitslosigkeitsproblem das heißt wir müssen noch eine agrarstadt aufmachen oder oder was oder was wird mal aber wir haben ja hier noch was guckt mal diese stadt erweiterungen stimmt freunde wir haben ja hier noch epidemienforschungszentrum mit unter der amtszeit des bürgermeisters ja das ist aber zu teuer noch mal die bildung ein bisschen runter wieder so damit man ein bisschen mehr geld verdienen epidemienforschungszentrum soll das aufbauen ich denke schon genau wir haben ja noch gar keine geschenke und sowas aufgebaut das gibt ja auch arbeitsplätze entlaufende affen 4 guckt mal anzahl der patienten ja das gibt ja auch arbeitsplätze guckt mal es gibt auch arbeitsplätze zwar nicht so viele aber die stadteinrichtungen bringen auch arbeitsplätze so andenken laden na komm her damit lama spuk distanz ja arbeiter 0 da wird tatsächlich nicht gearbeitet ach schaut doch die lichter die sehen richtig cool aus ja gerichtsgebäude monatlich kostet 300 das passt auch da sind auf jeden fall arbeitsplätze das kann ich mir jetzt nicht vorstellen was ist denn hier los oh gott blackout oh shit ich hoffe ja dass sowas niemals im realen leben kommt hallo ich hoffe ja dass ein blackout niemals im realen leben kommt weil jetzt ist es ich weiß aber da müssen wir nachbarschaftshandel so energie kaufen noch mal so mein gott da hat mir tatsächlich gerade blackout gehabt ein schreckensszenario also wie gesagt wenn sowas im richtigen leben passiert würde vor der werber chaos dann wäre aber richtiges chaos vorprogrammiert dann würden auch zwei nach zwei monaten die städte nicht mehr so aussehen es schaut schaut mich gerade aber gut nachbarschaftshandel wollte ich gerade und dann auch noch in der nacht warum hat die uns auf einmal den vertrag gekündigt was ist okay warum haben die uns den vertrag gekündigt das verstehe ich uns nicht na gut bürokratie arbeiten da keine leute drin hätte ich jetzt gedacht wie aber guckt mal da ja dann wartet mal ihr seht euch nach saft dann kriegt ihr saft oh gott das ist aber viel ja komm die bildung weiter runter ja es tut mir leid wir müssen bildung weiter runter schrauben wir brauchen geld tatsächlich und arbeitsplätze und die öffentlichen einrichtungen hier wie gesagt die bringen arbeitsplätze denke ich doch mal ja die bringen arbeitsplätze nicht viele aber die bringen paar arbeitsplätze hier rein ok überall die arbeitslosen überall gewerbe wird ja auch nicht nachgefragt ja ja der gelbe stadt aussehen aus der stadtkasse und da war doch bürgermeister ach du heilige neunundfünfzig tausend danke nein danke nein die hier auch ne aufgrund langer pendelstrecke verlassen hm was können wir da machen was können wir da machen ich würde vorschlagen einfach weitermachen aber das liegt glaube ich erst mal nicht so einfach so ja da aber hier noch eine stelle hin oh doch jetzt 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 geht es hier wieder ok jetzt geht es ja schon wieder ein bisschen ab finde ich gut freunde haben wir nicht ein radiosender ah nee den habe ich glaube ich schon aufgestellt gut dann machen wir hier mal einen kleinen park hin mittlerer spielplatz ja genau und dann haben wir das ja hier nochmal ein bisschen gerettet würde ich sagen oh ja die leute sind auf jeden fall nicht mehr alle arbeitslos das finde ich doch gut vielleicht nur ah ok mittlere dienstleistungsgewerbe ja dann ab in die nachbarstadt dann machen wir das doch direkt äh nein jetzt bitte ich bin wieder hier reingegangen ne das ist total geil typisch typisch sebi gut ähm nochmal speichern und raus und dann hier in die nachbarstadt in die kleine hier rein genau haben wir neue gewerbeflächen eröffnet genau schau euch das an hier gewerbebetriebe sehr schön und hightech hightech ok hightech 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 industrie wird gefordert dann machen wir das gut dass wir hier schön hin und her springen können oh ja schaut euch das an wow was da gefordert wird 530 jobs ja das ist natürlich top dass wir jetzt hier so eine gute nachfrage nach hightech industrie haben zack 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 oh das ist aber ein großer betrieb 900 jobs ja wächst wächst nach wie vor nicht gut dann sollten die leute da in der in dem vorort eigentlich auch nicht mehr arbeitslos sein denke ich nicht ihr wollt ja immer eure parks haben und ihr braucht wasser ok 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 stopp 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 kriegt ihr eine wasserpumpe ihr kriegt eine wasserpumpe hier bitteschön so alles klar wunderbar da war es das schon ja das war es okay wunderbar sehr schön und wir haben hier wieder gewerben nachfrage durch die hightech industrie es läuft freunde es läuft wie sieht es jetzt hier mit den arbeitslosen aus immer noch arbeitslose oder beruhigt ihr euch jetzt mal sie gehen weg sie gehen langsam aber sicher weg auch gott sei dank gott sei dank und die arbeitslosen gehen weg sie kommen wieder verdammt warum vielleicht wollen wir hier irgendwie eine hightech industrie stadt machen müssen schwierig 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 das jetzt gerade so ausklar büsat aber ich denke mal ja das war jetzt hier noch ein wohngebiet hochziehen können genau dann hier mal eine verbindung hin so hier unten eine bus haltet und dann noch mal einfach weiter bauen so wie immer so wie unsere master taktik hier immer schön weiter bauen und warum kommt ihr warum baut ihr nichts auf doch jetzt ok sehr schön das ist aber komisch dass sie manchmal wie da kommen manchmal nicht sehr merkwürdig teilweise aber gut ist halt sim city 4 manchmal ist es nicht das logischste spiel und ihr kriegt eure bäume genau sehr schön habt ihr eure bäume und da könnt ihr auch höhere gebäude hochziehen ja sehr gut der bäume trick ich sag es ja immer wieder bewirkt wunder so können wir die bildung lassen und ja liebe freude da wir am folgenden angekommen sind würde ich einfach sagen wenn euch diese folge gefallen hat dann lasst mir doch gerne mal ein like oder abo da und lasst die glocke läuten würde ich mich sehr freuen jetzt jetzt gerne weiter den kanal oder wie es hier weiter geht mit dem arbeiter so ein problem sind wir doch am nächsten mal und ja da würde ich sagen würde ich euch einen schönen abend oder schönen tag